Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis »Die zwei Cousinen«, zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten sieben Folgen. Auf dem Landsitz North Cothelstone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether-Adelthorpe und Middle Fritham, ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Thrumpton Castle zur Zeit an Lord Molesworth Horton, einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth, vermietet ist. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether-Adelthorpe einen Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Horton liegen gelassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molesworth in Middle Fritham verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Middle Fritham nach North Cothelstone Hall in Thrumpton Castle den Schlips aus Nether-Adelthorpe. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Priscilla Molesworth in North Cothelstone Hall eilt Gwyneth Molesworth nach dem zwei Meilen entfernten South Thorsby, um ihre Tanten Emily Hollingworth und Lucinda Satterthwaite aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Thatcham gefahren, der als Gärtner in Thrumpton Castle bei Lord Molesworth Horton arbeitet. Gwyneth Molesworth fährt nach North Cothelstone Hall zurück, aber nicht über Middle Adelthorpe, sondern über North Thurston, Thrumpton Castle, Middle Fritham und Nether-Adelthorpe. Dort trifft sie Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Horton noch nachts von Middle Fritham nach North Cothelstone Hall fahren wollte. Viel Vergnügen!